Wer bist du? Ich bin Rainer, ich bin von Clutec und ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr nice. Wie findest du die diesjährige Digitalkonferenz? Ja, selbst als einer der Anbieter von diesen Maschinen, um diese Autobahnen zur digitalen Transformation zu bauen, war das für mich super interessant. Die Keynotes waren großartig. Ich habe viel für uns auch mitgenommen von dem Business und ich denke, es war ein großer Mehrwert, dass wir heute alle hier sein durften. Und findest du es dieses Jahr besser als letztes Jahr? Ich war letztes Jahr nicht dabei, da war ich leider verhindert. Okay, verstehe. Und was präsentiert ihr hier? Wir präsentieren hier unsere Lösung MQuest Audit. Mit der MQuest Audit kann man sozusagen Auditprozesse digitalisieren und damit auch eben einen großen Mehrwert stiften, weil man die Zeit und die Erfassung unternimmt, die man braucht, um ein Audit zu performen. Auf der anderen Seite Papier eliminiert und eben dadurch wichtige Unternehmens KPIs mit seiner digitalen Lösung MQuest Audit eben durchführen kann. Ja, das klingt richtig interessant. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es tatsächlich seit 2020, aber mit dem Businessmodell, das wir hier haben, mit MQuest Audit gibt es uns selber als Produkt, gibt es seit 2019. Ah, okay. Also ziemlich fresh. Ja, sehr nice. Und was sind eure Ziele von der Konferenz? Was sind unsere Ziele der Konferenz? Also mal die anderen Unternehmen grundsätzlich besser kennen zu lernen und zu verstehen und uns hier gut zu vernetzen und auch für Synergieeffekte mit anderen Partnern wie Bitnemic oder Secure oder mit Mono eben da zu verstehen, wie wir da mehr eben Nutzen für die Gruppe insgesamt bilden können. Ah, okay. Sehr nice. Dann vielen Dank dir für deine Zeit und noch viel Spaß. Dankeschön, ebenso. Danke.